Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 26. September Es nahten zu Jesus allerlei Zöllner und Sünder, dass sie ihn hörten. Lukas 15, Vers 1 In den Glanzzeiten Berlins wurde eine lustige Geschichte erzählt. Da stand eines Tages ein Mann aus der tiefsten Provinz an der Friedrichstraße, durch die sich unablässig ein ungeheurer Verkehr wälzte. Um 10 Uhr stand der Mann da. So etwas hatte er noch nie erlebt. Um 11 Uhr stand er immer noch da. Um 12 Uhr fragte ihn ein Schutzmann, worauf er denn warte. Da sagte er, ich will über die Straße, aber ich muss doch warten, bis der Festzug vorbei ist. Da hat ihm dann der Schutzmann erklärt, dass dies der normale Verkehr sei. Eines Tages ist der Festzug doch abgerissen, als Berlin und die Friedrichstraße in Trümmer sanken. Ich weiß eine andere Straße, auf der der Verkehr nie abreißt, bis an das Ende der Welt. Das ist die Straße, die zu Jesus führt. Man muss im 9. Testament nachlesen, wie es da immerzu heranströmt. Fragende, Kranke, Zöllner, Sünder, Kinder und Alte, Stolze und Verzweifelte. Und so ist es bis zum heutigen Tag. Man hat oft versucht, diese Straße zu Jesus zu sperren. Man hat Warnungstafeln aufgestellt. Man hat Verbotsschilder angebracht. Man hat Märchen und Lügen über den Sohn Gottes verbreitet. Aber es war alles vergeblich. In allen Jahrhunderten, in allen Kontinenten laufen Menschen zu Jesus. Man hat die Menschen, die zu Jesus laufen, mit Hohn und Spott bedacht. Man hat sie lächerlich gemacht. Es war alles umsonst, umsonst, weil der Vater hungrige Seelen durch den Heiligen Geist zum Sohn zieht. Sehen wir zu, dass auch wir auf dieser Straße sind. Zieh mich, o Vater, zu dem Sohne, damit dein Sohn mich wiederziehe zu dir. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. 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 Dankeschön.